Musik Unser Nordrhein-Westfalen stand lange Zeit für erfolgreichen Wandel und Zusammenhalt. Aber wir alle spüren, dass es nicht mehr sozial und gerecht zugeht. Das muss sich wieder ändern. Bildungschancen dürfen nicht länger vom Geldbeutel der Eltern abhängen. Deshalb werden wir die Gebühren abschaffen. Von der Kita bis einschließlich Studium. Mehr Gerechtigkeit heißt auch, dass Arbeit wieder respektiert und ordentlich bezahlt wird. Dafür kämpfe ich. Gesundheit darf kein Luxus werden, gerade für die Älteren. Als Ministerpräsidentin werde ich deshalb im Bundesrat die ungerechte Kopfpauschale der schwarz-gelben Regierung stoppen. Meine Politik stellt die Menschen in den Mittelpunkt. Für sie möchte ich Ministerpräsidentin sein. Für ein erfolgreiches, gerechtes und soziales Nordrhein-Westfalen. Deshalb bitte ich Sie, am 9. Mai beide Stimmen für die SPD. Hannelore Kraft, Ministerpräsidentin für ein soziales und gerechtes NRW. Am 9. Mai beide Stimmen für die SPD.